Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Spielgruft. Diesmal geht es um den Neo Geo von SNK bzw. um ein besonderes Zubehör für den AES. Eine Heimkonsole, die mich neben dem Super Nintendo schon in meiner Kindheit unheimlich fasziniert hat und einer meiner Lieblingskonsolen ist. Zu meinem Glück besitze ich aus frühen Jahren eine NTSC-Version mit sehr niedriger Seriennummer in meiner Sammlung, von der ich aber in einem späteren Video mehr zeigen möchte. Heute soll es erstmal nur um das Zubehör gehen. Jeder, der so eine Konsole besitzt oder mal auf die Idee gekommen ist, sich eine zuzulegen, der hat auf jeden Fall mitbekommen, wie krass kostspielig das Ganze ist. Gerade der AES als Heimkonsole war schon immer ein Ticken teurer als der MVS, aber auch das Zubehör wie Controller, Memory Card und vor allem die Spiele können sehr kostspielig sein. Zum Glück gibt es da sehr viele Alternativen. Das bedeutet nicht, dass diese Alternativen viel günstiger sein können, aber man kann doch schon sehr viel Geld mit denen sparen. Wer sich schon mal mit den Preisen gerade für Neo Geo AES Spiele auseinandergesetzt hat, der weiß, wo es anfängt und vor allem wo es aufhört. Es gibt sehr wenige gute Titel, die noch unter paar hundert Euro angeboten werden. Die richtigen Banger-Titel, sowas wie Metal Slug, gehen da sogar in die Tausender. Logisch, dass man über jedes Spiel froh sein sollte, das man Original besitzt. Leider ist es umso trauriger, wenn man erkennt, dass es bei den wenigen Spielen bleiben wird, die man schon hat, wenn man nicht viel Geld in die Hand nehmen möchte. Außer man hat vor sich ein Fullset einzurichten, dann aber eher unter dem Aspekt, es in einer Sammlung zu haben, aber nicht als Investment, denn das Kapital, was man reinstecken müsste, bekommt ihr vermutlich in den nächsten 20 oder 30 Jahren nicht so schnell zurück. Und ja, natürlich könnte man das auch ganz einfach lösen, indem man die Spiele emuliert. Sei es nun am PC, auf anderen Konsolen oder mit einer Raspberry Pi in einer Arcade. Es gibt viele günstige Möglichkeiten, um in den Genuss des Neo Geo zu kommen und das schon seit sehr langer Zeit. Ich habe nämlich nicht ohne Grund vor mittlerweile sieben Jahren ein Video über eine mögliche Alternative gezeigt, und zwar war es damals die Pandora's Box 4. Davon abgesehen, dass einem selber alte Videos immer komisch vorkommen und man sie am liebsten neu machen möchte, ist das Video vom Inhalt her immer noch sehr zeitgemäß und interessant für jeden, der sich für den Neo Geo interessiert, auch wenn sich die Preise natürlich etwas geändert haben. So habe ich damals schon über die teuren Preise geredet und warum ich zu Pandora's Box gegriffen habe, um mein AES und die Controller zu schonen und trotzdem die Spiele spielen zu können, die ich mir als Kind schon nicht leisten konnte. Aber auch das hat sich wieder über die Zeit geändert. Zum Beispiel als es mehr oder weniger nur die 161 in 1 Multi Cartridge für den MVS gab und den Magic Key Converter, um dieses Modul auf dem AES benutzen zu können. Günstig war das aber auch nicht, auch wenn sich die Preise heute etwas geändert haben, hatte die 161 in 1 einen damaligen Listenpreis von ca. 120 Euro, liegt jetzt bei ungefähr 80 Euro. Dazu würden aber noch Versandkosten und Importzoll anfallen, kommt natürlich darauf an, wo man es bestellt hätte. Der Magic Key Converter wird kaum noch angeboten und selbst wenn ihr ihn günstig finden solltet, gibt es mittlerweile Multi Cartridges, bei denen so ein Converter nicht mehr benötigt wird. Die neuen Revisionen sind definitiv erschwinglicher geworden und auch der Inhalt der Spiele ist meiner Meinung nach viel besser als damals. Das war unter anderem auch ein Grund, warum ich mich für die 161 in 1 nie begeistern konnte. Multiple Versionen einer ROM und das bei fast jedem Spiel habe ich damals einfach nicht eingesehen. Dazu gab es auch immer wieder Beschwerden im Bezug auf Qualität und Performance bei Verwendung am AES. Grafikbugs und fehlender Sound war ein sehr häufiges Problem. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere leidenschaftliche Sammler oder sogar schon Besitzer eines Neo Geo vor demselben Problem wie ich stand und sich irgendeine günstige Alternative zugelegt hat. Manche verlieren ja auch schon das Interesse, nachdem sie ein paar gute Games auf dem Emulator durchgespielt haben. Andere wiederum schwören auf Original Hardware, wissen wie gut sie performt und wie viel besser sie sein kann. Und so ging es mir ja auch. Ich habe einfach nur auf den richtigen Moment gewartet, um mir dann letzten Endes die Neo SD Pro von Terra Onion zu kaufen. Terra Onion ist ja schon eine Firma, die sich im Bereich des Konsolenmodding über die Jahre mit ihren Produkten sehr gut etabliert hat. Die Nerds unter euch werden es wissen und auch wenn das ganz und gar nicht günstig war, ist es das Beste, was ich mir für meine Neo Geo kaufen konnte. Die erste Revision mit dem Namen Neo SD war für mich schon immer höchst interessant, aber ich hatte die Hoffnung auf eine zweite Revision, die dann tatsächlich unter dem Namen Neo SD Pro erschienen ist und als das Vorbestellen im letzten Jahr wieder möglich war, ich sofort zugeschlagen habe. Aktuell ist die MVS Variante auch wieder ausverkauft, liegt aber daran, dass die meisten einen MVS besitzen, der entweder in einer Arcade eingebaut ist oder zur Heimkonsole umgebaut wurde. Meinen Neo SD Pro habe ich Mitte November 2023 bestellt, wurde dann ausgeliefert Anfang Juni 2024 und haltet euch fest, hat mich stolze 720 Euro gekostet. Das ist schon insane, 720 Euro, was soll man dazu noch sagen? Da packt sich so manch einer an den Kopf und sagt sich nein, auf gar keinen Fall greife ich lieber zu einer günstigeren Alternative, kann ich auch nachvollziehen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, mittlerweile kann man ja sogar schon die alten 161 in 1 Module flashen bzw. neu mit eigenen ROMs bespielen. Aber nein, ich habe mich dann wirklich für den Neo SD Pro entschieden. Auch wenn 720 Euro viel Geld sind, ist der Gegensatz da. Für 720 Euro bekommt man nämlich nicht viele originale Spiele und ich hatte keinen Bock auf irgendeine Crap-Lösung, nur weil diese günstiger ist. Es gibt also schon mindestens zwei gute Gründe, warum eine ordentliche Flashcard Sinn macht. Als erstes befinden sich viele Duplikate derselben ROMs auf den billigen Modulen, als zweites wären da die Preise von originalen Spielen, gerade von den richtig guten Titeln. Und das ist, warum die Neo SD bzw. Neo SD Pro ihr Geld wert sind, im Gegensatz zu dem ganzen anderen Zeug, was man auf AliExpress und Co. findet. Ihr entscheidet, was auf der Flashcard sein soll, inklusive Homebrews und ohne Konverter benutzen zu müssen, bei dem man gegebenenfalls noch Grafik oder Soundbugs hat. Der für mich aber wohl wichtigste Faktor, warum ich mir die Neo SD Pro gekauft habe und da werden sich bestimmt einige Langzeitzuschauer auf diesem Kanal wundern, ist, dass ich den Neo Geo nicht umbauen muss. Ich meine, das war noch nie ein Muss, um irgendeine Multicartridge zu benutzen, aber seitdem es die Möglichkeit gibt, das Uni BIOS 4.0 einzusetzen, hat es auch schon öfter in meinen Fingern gekribbelt, dieses auch zu tun. Wie man sehen kann, besitze ich das BIOS schon etwas länger und ich bin auch leidenschaftlicher Modder, der seine Konsolen gerne mal mit einem HDMI Mod oder anderen tollen Funktionen ausstattet. Bei meinem Neo Geo AES war das aber schon immer etwas anders. Prinzipiell habe ich jede Konsole, die ich modde, mindestens doppelt, wenn nicht sogar dreifach in meinem Besitz. Ich sage das, weil ich oft in den Kommentaren lese, dass manche nicht verstehen, warum man eine Konsole überhaupt umbaut. Dafür wird es mit Sicherheit einige Gründe geben, Leute, denkt doch mal nach. Aber teilweise denke ich ja genauso. Schaut man auf das Video von der Dreamcast VA0 als PAL-Version, die würde ich auch niemals umbauen. Und genau das ist der Grund, warum ich meinen Neo Geo AES nicht umbauen möchte. Nicht nur, weil er der einzige in meinem Besitz ist, er ist als NTSC-Konsole in der Revision 1 mit einer sehr niedrigen Seriennummer einfach zu selten, als dass ich ihn umbauen würde. Und das ist schon ein riesiges Feature, was die Neo SD Pro mit sich bringt. Es wird kein Umbau auf Uni BIOS benötigt. Einen Regionswechsel kann man direkt im Menü vornehmen. Man muss sich lediglich die Sicherheitskopien auf eine Micro SD packen. In der Anleitung steht zwar was von bis zu 32 GB, aber man kann auch problemlos eine 128 GB Micro SD benutzen, auch wenn man so viel Speicher nicht brauchen wird. Ich selber benutze die nur, weil sie mit ihren 12 Euro im Angebot war. Wichtig ist erstmal nur, die Micro SD korrekt auf FAT32 zu formatieren. Ich benutze einfach Rufus dafür, ist kostenlos und funktioniert wie folgt. Erstmal achtet ihr darauf, das richtige Laufwerk zu nehmen. Rufus zeigt in der Regel nur Geräte an, die am USB angeschlossen sind. Habt ihr also externe Festplatten angeschlossen, klemmt die am besten erstmal ab und vergleicht den Laufwerkbuchstaben. H sieht gut aus und 128 GB werden auch angezeigt. Bei der Startart geht ihr auf nicht startfähig. Partitionsschema und Zielsystem bitte so wie hier angezeigt auswählen, falls notwendig. Die Laufwerksbezeichnung könnt ihr gerne ändern. Ich gebe der Micro SD den Namen Neo SD Pro. Jetzt noch bei Dateisystem auf FAT32 klicken. Die Größe wechselt meist mit auf den Standardwert. Danach einfach auf Start klicken. Alles weitere mit OK beantworten. Und die Formatierung sollte in wenigen Sekunden fertig sein. Jetzt ist die Micro SD zwar vorbereitet, aber auch die Sicherheitskopien, also ROMs, benötigen eine kleine Umwandlung, damit die Neo SD Pro die Dateien erkennen und lesen kann. Dafür geht man am besten direkt auf die Homepage von Terra Onion, hier auf den Reiter Support und da in den Downloadbereich, in dem man natürlich einen registrierten Account benötigt. Hier lassen sich Einkäufe über die Seriennummer eures Gerätes registrieren und somit schaltet man neuen Content frei, den man sich sicher herunterladen kann. Wie das Neo Builder UI 1.06 Programm, was in dem Fall benötigt wird, also herunterladen und entpacken. Ich habe dann einen Ordner mit dem Namen ROM angelegt, damit ich die Spiele einfacher finde. Die sollten auch in der ZIP-Datei bleiben. Starten tut man die Neo Builder UI.exe und das Programm ist echt selbsterklärend. Erstmal den Pfad auswählen, wo die ROMs sind, dann wo der Zielordner für die umgewandelten ROMs sein soll und jetzt auf Start klicken. Das Programm erstellt dann eine fertige Kopie von allen Spielen, die es im Ordner findet. Sollte dann auch fehlerfrei auf der linken Seite angezeigt werden und im Ordner gibt es jetzt eine Datei mit der Endung .neo, die ohne die ZIP-Datei auf die Micro SD kopiert werden muss. Die Flashcard von Terra Onion ist ja jetzt auch nicht so neu, dass sie noch unbekannt ist. Es gibt ja auch schon viele Videos dazu. Es gab sie ja auch schon ohne Pro-Version und deswegen werde ich jetzt nicht so extrem detailliert darauf eingehen. Aber wir werden uns schon einiges angucken. An der Seite vom Modul befinden sich zwei Anschlüsse und der Slot für die Micro SD. Der runde Anschluss ist für das Link-Up-Feature und der Micro-USB zum Beispiel für die Verbindung an einem PC. Nachdem man die SD-Karte in das Modul gepackt hat, kann man das Modul in sein AES packen und diesen starten. Wenn alles richtig gemacht wurde, dann sollte das Spiel ohne Probleme in der Liste auftauchen. Man bekommt dazu eine kleine nette Artwork und einige Informationen über das Spiel. Mit D könnt ihr Spiele zu eurer Favoritenliste hinzufügen, mit C einen Suchfilter aktivieren, mit B geht ihr in die Optionen und mit A ladet ihr Spiele in den RAM oder die Slots. Auch wenn die Optionen wirklich sehr übersichtlich sind, werde ich nicht so detailliert darauf eingehen. Hier seht ihr meine aktuellen Einstellungen. Bitte schaut euch einfach das Handbuch an, wenn ihr mehr nachlesen wollt. Grundsätzlich finde ich es erstmal nur wichtig, den Boot-Mode von Game auf Menü zu ändern, das In-Game-Menü zu aktivieren und der Cartridge-Mode sollte aus sein. Sonst simuliert das Modul dem AES vor, ein festes Spiel zu sein. Macht eigentlich nur dann am meisten Sinn, wenn man mehrere Wochen an einem Spiel hängt und möchte, dass es bei jedem Start direkt geladen wird. Ist man mit den Einstellungen zufrieden, geht man auf das gewünschte Spiel und drückt A zum Laden. Es öffnet sich dann erstmal ein weiteres Fenster und hier gibt es folgende Möglichkeiten. Man kann das Spiel entweder in den RAM-Slot laden, das geht etwas schneller als bei dem Flash-Slot, nur ist der RAM-Slot temporär und nach jedem Start der Konsole wieder leer. Das ist bei den vier Flash-Slots etwas anders. Hier könnt ihr erstmal eure vier Lieblingsspiele einlesen und die bleiben auch nach jedem Neustart der Konsole gelistet. Ja, auch wenn ich es nicht oft sage, aber ich weiß, ihr seid schon ein paar Schlawiner und hier sind ein paar Zuschauer mit dabei. Denen kann man einfach nichts mehr Neues erzählen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das Ganze funktioniert, aber ich versuche es jetzt trotzdem mal. Mit der Neo SD Pro kann man sogar, ja man, Neo Geo CD-Spiele zocken. Ist das nicht krass? Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich mich dann wirklich für die Neo SD Pro entschieden habe. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wusstet, dass man auch Neo Geo CD-Games damit zocken kann. Das Setup ist gegenüber den Neo Geo ROMs etwas anders. Zuerst ladet man sich das Neo Geo CD-Pack aus dem selben Bereich runter, wo man schon die Neo-Bilder UI geladen hat. Dann sucht man sich aus dem Pack das Spiel raus, was man auf der SD-Karte haben möchte. Hat man Probleme mit den Kürzeln, findet man dazu eine Liste von Terra Onion. Hier kann man abgleichen, welche Datei für welches Spiel ist und welche Spiele überhaupt supported werden. Die Datei vom Spiel packt man sich dann in einen Ordner. Dazu kommt natürlich auch die ROM selber. Damit das aber richtig funktionieren kann, muss man jetzt noch einen Unterordner für jedes Spiel erstellen, was man auf dem AES spielen möchte. Dieser Ordner muss den gleichen Namen tragen, wie die Datei, die ihr vorher aus dem Pack gezogen habt. In meinem Fall also CSWARTS2. Und in diesen Ordner entpackt man die ROM selber. Hier müssen alle Dateien der ROM rein. Die ZIP-Datei wird dann theoretisch nicht mehr benötigt. Einfach die .neo als auch den erstellten Ordner mit den Dateien drinnen auf die SD-Karte kopieren. Danach kann man das Modul wieder einstecken. Und das Spiel sollte angezeigt werden, sogar mit CD markiert. Wenn auch hier alles richtig gemacht wurde, wird das Spiel normal eingelesen und sollte ohne Probleme laufen. Jetzt, wo man beides einmal hinbekommen hat, ist es eigentlich an der Zeit, seine Lieblingsspiele auf die SD-Karte zu packen und in vollen Zügen zu genießen. Aber was ist das? Metal Slug zensiert? Das geht ja mal gar nicht klar. Ne, so kann ich nicht weiterspielen. Am besten, ich öffne mal das Ingame-Menü, in dem ich Start gedrückt halte und Select drücke. Da ist es auch schon und, oh, sieh mal einer da. Es gibt sogar Cheats. Mal schauen, ob da was zu aktivieren ist. Ne, ist leider leer und die anderen Optionen bringen mich nicht weiter. Das heißt, ich muss erstmal zurück in die Einstellungen vom New SD Pro und sehr wahrscheinlich die Region ändern. Die Voreinstellung ist auf BIOS, aber sowas wie das Uni-BIOS habe ich ja gar nicht in meiner Konsole. Europa ist sowieso immer geschnitten, also brauche ich das gar nicht erst auszuprobieren. USA auch nicht. Ich habe ja hier eine NTSC-Konsole und trotz der BIOS-Einstellung war das Spiel geschnitten. Bleibt mir also nur noch die Umstellung auf Japan-Region. Mal schauen, was passiert. Ah, das sieht doch schon wesentlich besser aus. So müssen Spiele laufen, ungeschnitten und trotzdem mit englischem Text, zumindest wenn es um die Bildschirmanzeige geht. Denn auch wenn manche Spiele nicht viel Text haben, wird dieser logischerweise an die Region angepasst und dementsprechend angezeigt. Jetzt wünsche ich mir doch das Uni-BIOS in meiner Konsole. Mit dem hätte ich die ganzen Probleme nicht. Aber Moment mal, es gibt da was, das viele übersehen. Und zwar die Softdips-Funktion. Diese kann man aktivieren, indem man in den Einstellungen den System-Mode auf MVS umstellt. Die Region kann dabei einfach auf BIOS bleiben. Jetzt geht man auf das Spiel, was man starten möchte und drückt diesmal die Taste Start auf seinem Controller. Es öffnet sich ein kleines Menü und hier sieht man es, die Softdips. Wichtig, um in das Menü zu kommen, muss man entweder das Spiel vorher im RAM-Slot eingelesen haben oder natürlich in einer der Flash-Slots. Öffnet man das Menü, findet man die Einstellungen, die man vom MVS kennt, nur eben diesmal auf dem AES. Mehr Leben haben, einen leichteren Schwierigkeitsgrad, mehr Zeit und vor allem das Blut aktivieren und dabei trotzdem das komplette Spiel in englischer Sprache genießen. Das sind die Einstellungen, die man doch haben möchte und es funktioniert. Mehr Leben, mehr Zeit, ungeschnitten mit englischer Sprache. Da braucht man kein Uni-BIOS oder Cheats. Was war eigentlich nochmal mit den Cheats genau? Ach ja, stimmt, ja, die waren ja leer. Das Problem kann man aber auch ganz einfach lösen. Dafür geht man einfach auf die Seite von TerraOnion. Unter NeoSD Pro Cheats Guide findet man einen Link, um sich die Datenbank runterzuladen, wenn es denn dann funktionieren würde. Leider ist auf der Homepage offiziell noch nichts zum Herunterladen. Warum das so ist, ist mir nicht bekannt. Es gab aber wohl für die Beta-Tester eine Datenbank, die glücklicherweise im Internet gelandet ist. Aber leider nach so vielen Jahren etwas kompliziert zu bekommen war, da die meisten Links ausgelaufen sind. Das Setup für die Cheats ist von allen das einfachste. Dateiladen, entpacken und den gesamten Ordner mit auf die SD-Karte kopieren. Jetzt einfach über die Tastenkombination in das In-Game-Menü gehen und eh voilà, hier sind unsere Cheats und davon gar nicht so wenig, wenn man mal durch die Liste fährt. Die meisten davon funktionieren auch. Unsterblich sein bei Metal Slug gefällt mir schon mal sehr gut, aber auch, dass man die Pistole auf Dauerfeuer-Abenteuer machen kann. Leider, und so ist es doch ehrlich gesagt häufig der Fall, funktionieren nicht immer alle Cheats. Ein Beispiel wäre bei Andrew Dunos. Aktiviert man hier unendlich Leben, bekommt man danach einen Black Screen. Bedeutet testen, 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 wenn einem die Einstellungen unter Soft-Dips nicht ausreichen und man Cheats benutzen möchte. Wie ist denn jetzt mein Fazit über die Neo SD Pro? Wow, für mich persönlich einfach nur positiv und genauso habe ich mir das auch vorgestellt. Unkompliziertes, kinderleichtes Setup, Plug & Play ohne Multi-Cartridge mit teilweise doppelten Spielen drauf, ohne einen Konverter benutzen zu müssen, der eventuell Bugs verursacht, aber vor allem ohne die Konsole umzubauen, mit eigentlich allem Wichtigen, was das Uni BIOS 4.0 zu bieten hat. Und ich habe ja noch nicht mal über alles gesprochen, wie zum Beispiel der Jukebox. Es ist definitiv keine günstige Sache, aber mir war es das Geld auf jeden Fall wert und ich bereue den Einkauf nicht. Kann aber auch nachvollziehen, wenn sich jemand schon eine andere 161 in 1 Multi-Cartridge gekauft hat und mit dieser zufrieden ist, weil ihm die Neo SD Pro zu teuer erscheint. So meine Lieben, auch wenn es einige von euch nicht gerne hören, aber wir sind am Ende vom Video angekommen. Zumindest wisst ihr jetzt, warum ich mich persönlich für die Neo SD Pro entschieden habe. Und ich hoffe doch ganz stark, dass ich dem einen oder anderen bei seiner Entscheidung helfen konnte. Sei es nun, ob er sagt, ja man, auf jeden Fall, das Geld ist es mir auch wert, ich werde mir so eine Flashcard kaufen oder dass er sagt, nee, bist du wahnsinnig, so viel Geld. Da gibt es ja genauso gute Alternativen zu, viel günstiger. Wie gesagt, ich habe ja auch schon gehört, dass man ältere 161 in 1 Module flashen kann beziehungsweise mit anderen Spielen bespielen kann. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch gekauft habt oder was ihr über die Flashcard denkt und ja, was es denn noch so für gute Alternativen gibt. Und auch wenn das Video heute und hier endet, bedeutet das nicht, dass das das letzte Video über den Neo Geo sein wird. Gerade über mein AES habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass es ein sehr früher AES ist, in der Revision 1 mit einer ganz niedrigen Seriennummer. Darüber wollte ich auch nochmal ein richtig cooles Video für euch machen. Und der ein oder andere Kenner hat sich vielleicht schon gewundert, warum ich hier mit einem Neo Geo Minipad an meinem AES zocke. Und auch das wollte ich euch mal näher bringen, auch wenn es da viele Alternativen gibt, zum Beispiel den Wireless Controller von 8BitDo oder 8BitDo, sucht es euch aus. Nichtsdestotrotz, damit ihr diese Videos nicht verpasst, vergesst nicht, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Gerade wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da, werdet mit uns zusammen groß und ja, supportet doch einfach den Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Danke fürs Einschalten und dass ihr bis hierhin geschaut habt. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.